So, da werde ich mich zurück in meinem Let's Play Minecraft. Wir haben in der letzten Folge zwei Diamanten gefunden, aber das reicht uns vollkommen. Wir brauchen jetzt quasi ein Buch, die zwei Diamanten und ich glaube drei Obsidianen oder vier, ich nehme mal kurz, aber vier mit. Vier Obsidianen und können uns dann, jetzt muss ich mal überlegen, ich meine, das war so, und dann haben wir unseren Zaubertisch, jihau, jetzt brauchen wir alles, was wir zu unserem Glück noch brauchen, sind Bücherschränke. Und jetzt komme ich in einen Zwiespalt, denn jetzt weiß ich nicht, ob ich die da unten abbaue oder ob ich den Tisch hier oben hinstelle, wie ich es ursprünglich geplant habe, oder ob ich den unten hinstelle. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn der hier oben steht, weil dafür war der Raum ursprünglich mal geplant gewesen. Und, ähm, ja, ne, wir sind so ein kleiner Monk, wenn wir einmal uns was in den Kopf gesetzt haben, dann muss das auch so passieren. Insofern bauen wir jetzt da oben den Zaubertisch hin. Out, 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 immer gegen die Fontanelle, Fontanelle, Fontanelle. Zum Glück sind wir keine Babys mehr und haben einen harten Kopf und nicht so eine weiche, 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 weiche Wabbelgelemasse, hätte ich beinahe gesagt. So, das heißt, wir klauen uns jetzt die Bücher hier raus, oder? Was sagt ihr? Ihr sagt gar nichts? Alles klar, dann machen wir das so. Vielleicht nehmen wir einfach die von oben, dann fällt das auch nicht so auf. Und dann haben wir hier unten, könnten die natürlich auch einfach hier unten reinstellen. Nein, der Plan sieht was anderes vor. So, wir klauen jetzt Bücherregale. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen, aber ich gucke hier oben einfach mal alles raus. Zack. Zack, zack, zack. Wir nehmen die mal alle mit hier. So, ach, das soll's auch, was soll's. Rupfen hier, alles leer. Jetzt können wir den Raum hier ja auch für irgendwas anderes noch nutzen. Ich habe zwar spontan keine Idee für was, aber vielleicht fällt uns ja noch was ein. Achso, der droppt ja nicht die Bücherschränke, sondern nur die Bücher, ne? Ja. Dann muss ich gleich gleich mal nachgucken, wie man denn noch die Bücherborde baut. Ich glaube, links und rechts Holz und in der Mitte Bücher. Drei Bücher in der Mitte? Irgendwie so. Ach, wir probieren uns gleich einfach aus. Hätte ich mal doch den Tisch hier hingestellt, wa? Dann hätten wir uns... Naja, ja, nur zu spät, nur sind wir dabei. Nur sind wir dabei. Das ist prima. Wie war la Minecraft da? So, dann haben wir hier auch schon alle rausgerupft. Das ging natürlich mal fix. So, dann gehen wir wieder runter. Die Bücher hier, wie gesagt, die lassen wir mal stehen. Ich meine, es ist natürlich auch ein geiler Platz für so einen Verzauberungstisch. Hier unten in den Katakomben. Ich meine, wir können das ja sonst im Bedarfsfall auch nochmal umbauen. Oder? Ich probiere das erstmal da oben und dann gucke ich mir das an, ob mir das überhaupt gefällt, wenn es da oben steht. Und ansonsten... Keine Ahnung. Zimmern wieder unten die Bücher wieder rein. Und setzen das gute Stück da unten hin. So. Irgendwie müssen wir hier erstmal eine Treppenstufe hinhauen. So. Haben wir jetzt Holz dabei. Wir haben Holz dabei. Ich muss jetzt mal kurz testen, ob das tatsächlich so war. Nein. So war es natürlich nicht. War das so längs? Ja. Gut. Zack. 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 Wie war denn noch? Es gab irgendeinen Trick, wie man das besser machen kann. Ich weiß nur nicht, wie. So. Drei Stück haben wir. Für mehr haben wir gerade gar nicht genug Holz dabei. Das ist natürlich eine ziemlich magere Ausbeute. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal mehr Holz. Das Teile schmeißen wir mal drüben rein. Dann können wir hier das Gold reinschmeißen. Und einfach mal drüben rein. So. Das Gold schmelzen wir rein. Ach, ich freue mich so. Endlich geht es hier mal mit der Verzauberungsgeschichte los und so. Oh, Eisen haben wir ja auch wieder richtig viel mitgenommen. Und Redstone. Also wir können ordentlich was bauen mit Redstone bald. Ähm, ja. So. Haben wir hier noch Holz. Ich glaube, was für ein Holz ist ja egal, ne? Wobei Birke, was haben wir denn mehr? Birke ist immer so ein Problem zu kriegen, ne? Aber wir brauchen relativ viel. Wir nehmen mal den einen Birke-Dix mit. Das ist halt so. Das muss uns das jetzt einfach mal wert sein. So, dann machen wir aus den Birke-Kolz erstmal planen können. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp. Schwupp. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp. Wie, was, wo? Wer, was, wann, warum? Nein. Ähm, das scheint mir, als bräuchten wir in den einzelnen Dinger immer mehr als ein Holz vor ein Bücherregal. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir 15 Bücherregale. Das reicht immer noch nicht, glaube ich. Oh, wir können ja oben erstmal anfangen mit dem Bauen. Die Bücher nehmen wir natürlich mit. So. Wie bauen wir die hier am besten rein? Hm. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen was einfallen lassen. Also. Das geht auf jeden Fall schon mal darüber. Das ist gut. Dann haben wir hier auf der Ebene angefangen, glaube ich. So. Vielleicht so. Und so. Und so. Aber ich glaube, das reicht noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücherregale da rum sein müssen, damit man hohe Verzauberungen kriegt. Ich baue noch mal welche. Das sieht ja auch noch nicht aus da. Achso, wir brauchen noch Holz. Ich würde so eine Kartoffel reinpfeifen hier. So, Kartoffel reingepfiffen. Wir brauchen noch mehr Holz. So, ich nehme mal Alice Miet. Weil wir haben hier auch noch jede Menge Bücher. So. Ich sage nicht, das scheitert am Holz. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Äh, ups. So. 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 Jetzt sind wir out of Holz. Naja, da müssen wir gleich mit Baumfällen gehen. Wir müssen uns sowieso mal das Desaster noch mal angucken, was wir da draußen angerichtet haben. So. Hm. Bumm. Schon. Bumm. Ich weiß gar nicht, in welchen Abständen die sein müssen, damit sie noch mit reinzählen. Ich glaube, da oben zählt schon gar nicht mehr, aber das sieht irgendwie doch cooler aus, oder? Ich meine, wir haben es ja. Wir haben ja zufällig eine riesige Bücherquelle unten gefunden. Mh, mh. So. Jetzt ziehen wir da oben. Hier ziehen wir gleich noch eine Reihe durch. Also von denen hier an der Seite fliegen auf jeden Fall welche dahin. Von da oben scheinbar nicht mehr. Die sind wahrscheinlich schon so weit weg. Hier jetzt eine Reihe raufsitzen, sieht aber, glaube ich, doof aus. Wir probieren das gleich mal. Ich sollte mich da eigentlich mal schlau lesen und nicht einfach so drauf losbauen. Aber was soll's. Ich gehe mir erst mal schlafen, dann gehen wir mal ein bisschen Holz hacken. Hm. So. Da draußen wird wieder lustig gestorben. Und dann haben wir gleich unseren ersten verschauberteten Gegenstand. Und ich bin hier sehr gespannt, was unsere erste Verzauberung sein wird, die wir hier in der Minecraft-Welt erharten werden. Denn in dieser jenigen welcher. So. Wir hatten hier doch immer noch so einen halb abgeholzten Baum, oder? Da steht noch ein Skelett. Der sieht irgendwie komisch aus. Hier. Hier war das. Den können wir ja mal kurz eben krachmännisch korrekt entsorgen. Auch wenn uns das natürlich verliebt. Achso. Das ist schon die Birke. Das geht hier irgendwie so ineinander über. Habe ich keine Erde dabei? Doch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich bei dem Kraften dann nachher quasi die Bäume auch mischen kann. Also sprich, dass ich Birken und Dingensholz kombinieren kann, um die Bücherregale zu bauen. Das wollte ich sagen. So. Ich brauche mehr Holz. Wir brauchen Bäume. Ist ja nicht so, dass hier keine Bäume wachsen. Nein. Und da müssen wir mal aufforsten. So. So. Also. Jetzt farben wir wieder ein bisschen Holz. Also eigentlich sind wir hier nur am Farmen und Bauen und Farmen und Bauen und Farmen und Bauen 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 und Bauen. Hier steht ein Baum. Zack. So. Nehmen wir mit. Wie viel ertragreich ist denn das eigentlich? Zehn. Das ist jetzt natürlich noch nicht die Welt. Ich habe vorhin nicht, dass hier so ein Riesenbaum ist. Das ist jetzt immer so ein... Naja, weil es ist aber dann halt auch ertragreich. Insofern. Nehmen wir den einen noch und dann sollte das auch schon wieder reichen, denke ich. Das ist halt nur immer so nervig, hier alle zu kriegen, die hier drin sind. Nicht, dass die Blätter da hängen bleiben. Das sieht ja nicht aus. So. So. Dann versteckt sich da noch was. Da sitzt glaube ich noch einer drin, so wie das aussieht. Ja, und da drüben auch. Und da sitzt auch noch einer. Und da hinten sitzt auch noch einer. Oder ist das schon zum nächsten Baum? Gehen die schon wieder so zwei Bäume ineinander über? Wo komme ich da hin? Ne, ich hasse sowas. So, das sieht glaube ich gut aus. Ja, ist auf jeden Fall wieder ordentlich Holzball rumgekommen. Insofern war es vielleicht doch nicht die Schlechte, hier den großen Baum hier zu fällen. Schuppuppuppupp. So. Und dann pflanzen wir hier einfach einen neuen an. Dann ist es, als wäre nie was gewesen. Oh, ein Apfel. So, ach, das ist das Haus vom Botheker. Wir wohnen da hinten. Das ist zwar gerade entgegen der Logik, dass wir eigentlich hier einen Bücken einhaben wollen. Dass ich da Eichen pflanze. Aber irgendwie brauchen wir ja doch immer wieder Eichenholz. Insofern rupfen wir die bestimmt auch bald wieder weg. Da. So. Juh. Ich glaube, das höchste Level, was man verzaubern kann, ist 30, wenn ich mich nicht irre. Bin ich jetzt blind? Ach da. Das ist ja mal schön. Dann geht das nämlich genau auf. Da haben wir noch genau 16. Und die kriegen wir da dann auch raus. Zip. 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 So. Ziehen wir hier jetzt noch eine Ebene zwischen oder ganz oben? Ich glaube hier, weil dann von da fliegen aber keine Buchstaben dahin. Wenn wir jetzt hier einen hinstellen. Und da kommen sie. Das sieht nur so aus, ne? So. Vielleicht. Das ist irgendwie so zu, ne? Das sieht irgendwie doof aus. Hm. Ich weiß nicht, ob ich den nicht hätte doch lieber unten hinstellen sollen. Also unten in den, ich hätte jetzt beinahe Dungeon gesagt, aber ist ja gar kein Dungeon. Ne, das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Das ist so zu mir dann. Das gefällt mir nicht. Nein, nein, nein. Die machen wir nochmal weg da. Ich meine, die kommen von hier überall angeflogen. Dann könnte es natürlich durchaus sein, dass das schon reicht. Wir könnten hier natürlich auch noch einen Querbalken mit Büchern durchziehen. Aber das sieht auch komisch aus. Hm. So, ich brauche mal so irgendwas, was ich in der Hörigen-Nah-und-Laber-Emma haben wir uns ja mitgenommen. Haben wir uns ja mal gegönnt. So. Wollen wir jetzt auch noch Bücher werden? Ne, jetzt sieht auch kacke aus. Ne, das wollen wir so nicht. Wir probieren einfach mal was aus. Wir holen jetzt mal unsere Diamant-Spitzhacke. Die, die wir merkwürdigerweise in dieser Truhe liegen haben. Die ist ja noch relativ in Ordnung, ne? Ja, die ist quasi noch unbenutzt. Außer, um das ein bisschen Obsidian abzubauen. So. Und dann legen wir die da mal rein. Und wir kriegen 30. Und ich meine, 30 ist das Höchste, was man machen kann. Insofern knallen wir die da doch direkt mal drauf. Die Mannschaft hat so Effizienz 3, Haltbarkeit 3 und Glück 2 plus 5 Angriffsschaden. Das ist doch mal, das ist doch mal Effizienz. Ist immer gut. Kommt also viel bei raus. Haltbarkeit 3, also langlebig. Und auch noch Glück. Das ist, glaube ich, eine verdammt geile Verzauberung. Insofern scheint das mit unserem Aufbau hier genug Bücher drumherum zu geben. Jetzt könnte man natürlich der Optik halber hier auch noch Bücherregale so einziehen. Das ist ja dann quasi wie so eine Bibliothek hier. Ja. 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 Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir außerordentlich gut. Und vor allem gefällt es mir außerordentlich gut, dass wir so eine richtig geil verzauberte Spitzsacke jetzt haben. Und was wir jetzt noch machen, wir haben hier noch ein Eisenschwert. Ein Schwert. Und wir haben noch 9. Ich weiß gar nicht, ob man für 9 schon was verzaubern kann. 7, 9. Rückstoß 1. Naja, immerhin. Besser als gar nichts. Würde ich mal behaupten. Also mehr würde ich jetzt auf ein Eisenschwert auch nicht raufgeben. Aber, ja. Ich muss sagen, ich bin mit unserem Tagewerk doch sehr, sehr zufrieden. So, jetzt können wir hier nochmal, wir brauchen mehr Truhen. Wir müssen uns ein vernünftiges Lager irgendwo bauen. Waren hier noch Truhen in der Truhe? Nein, nein, nein. Ich glaube, unten hatten wir noch Truhen, ne? Dann machen wir vielleicht so für Baumaterialien. Das lager eher im Keller. Hier sind noch zwei Truhen. Das ist schon mal gut. Ich mache mir hier dann so die... Hm. Der Raum gefällt mir noch nicht. Ich will hier jetzt keine Truhe reinstellen, weil dann baue ich den Raum wieder nachher nicht um. Ja, schön, dass ich dafür das gute verzauberte Schwert benutze. Gut in Anführungszeichen. Anführungszeichen. So. Der kann da auch noch raus. Weil ist ja nun keine dolle Verzauberung. Aber ich dachte mir, haben ist besser als brauchen, dachte ich mir. So. Zack. Und wir haben auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Spitzhacke. So, wir müssen nochmal ein bisschen Cleanstone brennen, damit wir das hier schick machen können. Aber das ist jetzt alles nicht Aufgabe für die heutige Folge, weil die hat schon wieder Überlänge. Ähm. Ich schneide hier jetzt nochmal irgendwie so eine große Truhe hin. Und dann kommt da... Ach ja. Kommt hier halt auch noch Koppel rein. Wir haben halt echt viel Koppel mittlerweile. Und Kies und Dirt und alles. Das ist was zu essen. Die Bücher können eigentlich ja hier drüben wieder rein. Da waren sie ja vorher auch drin. Ähm. Dann können wir nochmal in den Ofen gucken und das Metall rausnehmen und Neues reinhauen. So. Ach so einer ein Dings, aber egal. Dann können wir das Eisen hier mit zupacken. Und ähm... Hier sind noch die Türen. Ja, die können wir... Ja, was soll's tun wir hier auch einfach mal rein. Unsere tolle Spitzhacke tun wir da rein. Den Laber-Eimer vielleicht auch einfach. Laber, laber. Und ähm... Pfeile... Kommen nach oben. Können uns vielleicht auch mal einen Bogen bauen. Das ist mit den Creepern und so. Vielleicht in den Höhlen noch ein bisschen einfacher. Dann können wir die einfach aus der Ferne abschießen. Aber wir haben auch nur sieben Pfeile. Das ist jetzt natürlich nicht die Welt. Wobei man, glaube ich, aus Stehen und Stöckchen kann man, glaube ich, auch Pfeile bauen, meine ich. Ähm... Ach, wir haben ja noch mehr Bücher. Ja, da oben verbringen wir dann unsere dunklen Werke. Und verzaubern lustig irgendwelche Dinge. So, dann haben wir noch was zu essen. Das können wir auch wegpacken. Hier habe ich dann schon wieder diese einen Erfahrungs-Dings-Level gekriegt. Ich dachte, wir hätten alles abgebaut. So, Essen dahin. Ein bisschen Koppel nehmen wir mit. Ein bisschen Dört auch. Holz kommt gleich noch drüben rein. Ähm... Das Brot nehmen wir mal mit. Das Fleisch tun wir dahin. Das Birkenholz tun wir gleich auch noch weg. Und... Ähm... Eine Axt brauchen wir eigentlich immer. Und das Schwert hier, das ist fast... Ja, kaputt. Ähm... Und... Ja... 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 Ja, also ich bin zufrieden mit unserem Tageswerk. Sehr, sehr zufrieden. Endlich hat es geklappt mit den Diamanten und den Verzauberungen. Das habe ich mir so lange schon vorgenommen gehabt. Und jetzt... Jetzt ist es endlich soweit. So viel Holz brauchen wir auch nicht. Weil das ist nochmal die Hälfte hier. Und dann... Würde ich sagen... War es das für heute? Und ich freue mich auf die nächste Folge. Wo ich gar nicht weiß, was ich dann genau machen werde. Denn der ganze Plan mit Bücher bauen und so hat sich ja schon schlagen. Das hat sich ja hier von alleine erledigt. Die haben wir ja unten rausgeklaut. Das funktioniert auch sehr gut. Und insofern werden wir dann mal gucken, was wir Schönes bauen können. Vielleicht bauen wir die Bahnen unten. Lasst euch überraschen. Bis dahin, euer Simon.